Hallo und herzlich willkommen zurück bei Gameplay XVI, bei unserem schönen Let's Play Mario, weil wir uns einsamen Insel sind. Einsame Insel. Wir haben nun Eisen, was mich sehr, sehr freut. Ja. Oh, da kommt direkt nichts zu fahren. Hm. Tipptipptipp. Dann klappen wir uns gleich mal ein... Ja, mein Leben stimmt. Ich könnte ja jetzt ein Leben... Ähm, brennen. Wohl, was bringt es mit uns? Pütchenbaum, mein Moment eh noch nicht. Ähm, ein Baum ist gewachsen. Wie cool. Einziges, was ich mir basteln könnte, wäre... Ne, ne, Eisen-Schuppe-Zacke. Schuppe-schuppe-schuppe. Und wir spielen ja immer noch auch friedlich. Also ja, weil wir... ...kein Essen haben. Moment mal, ganz kurz, ich will ganz kurz hier ein Programm schließen. Das stört mich jetzt ein bisschen. So, das stört auch die Aufnahme. Ja, das läuft schon einwandfrei. Flüssiger. Ich hoffe, dass wir jetzt hier wenigstens mal einen Apfel oder so kriegen. Das war ja mal perfekt hier. Die brütende Sonne steht da oben und wir haben Hunger. Ja, das war ja immer... Ahhhh... Kein Apfel, gar nichts. Ich verfluche dich, Mojang. Mensch, mein Freund, wachs schneller. Schneller, schneller, schneller. Na gut, können wir weiter abbauen. Und ihr sollt auch endlich mal alle wachsen hier. Blöden Bäume. So, craften uns mal ne. Blöden. So. Ey, wat legt dit hier, ey? Moment, ah, ik weiß an wat dit liegt. Ik weiß dit, ik weiß dit. Moment, ik beheb mal ganz kurz den Fehler. hey... So... So, sind wir wieder da. Und... Das sieht schon besser aus. Man merkt auch eindeutig... Ja, mein Deutsch ist nicht so gut. Im Moment. ein spaß die eisenspitzhacke so unsere kleinen box eigentlich erd ablegen holz stein ablegen die sticks ablegen das schwert muss dabei bleiben obwohl bis hin und friedlich da passiert uns nix eisen auf jeden fall ablegen wie war es immer hier genial so gehen wir mal wieder nach unten du 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 klaufen wir hier auf den 2 Punkten hin soll es schon ausreichen und wir machen weiter es wird gruselig dunkel ich bin ganz gut nachher mit kohle abgebaut und zwar nicht wenig nicht weiter hier hier ausbauen das Getreide immer langsam wächst am besten wäre es wenn wir so aufs Glett stoßen würden damit wir Knochen gekriegen würden und es ja mal 3 zählt also was heißt das für uns 3 mal ganz schnell wie äh ja und dann haben wir Brot was wir essen können Themen, Themen, Themen nein die gibt es in dieser Folge nicht ich rede jetzt einfach mal frei nach Schnauze weil das Let's Playing auf frei nach Schnauze kam ich hab jetzt 8 Glockengebell im Hintergrund gehen wir auf die Eier auch wenn wir 18.02 jetzt haben ich glaube ich sollte etwas für auf Preis geben nicht Spaß ooooh ich kriege jetzt auf frei nach Schnauze das Let's Play war auch frei nach Schnauze ich hab jetzt keine Lust drauf gehabt eins zu machen wie die anderen drei die ich heute schon gemacht habe aber ich hab heute wirklich 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 Lust auf Let's Playen ich weiße auf meiner coolen Welt jetzt ist eigentlich zu schnauze da ist sie kaputt gegangen ach ne jetzt muss ich meine Eisenspitze benutzen ne heul ich hoffe dass ihr wenigstens noch Eisen findet hier ich hoffe ja immer auf eine gewisse Effizienz man setzt 3 ähm äh Eisenstücke ein für die Eisenspitzeerke und ich versuche dann auch wirklich immer ähm 3 Eisen wieder rein zu bringen ich bin mindestens ja finde ich eigentlich sehr äh gut weil Verluste machen wollen wir ja nicht machen besonders hier am Anfang deswegen fahre ich jetzt mal in alle Richtungen hier noch mein Jutenfreund ähm ähm aber ich glaube ich war etwas anders jubi jubi jetzt mal nach unten bis zum Bedrock nix soweit ich überhaupt komme von dort aus und 1 2 ah ok pf ey ich seh nichts ich seh nichts ich bin ich bin heul was soll das man sieht ja irgendwie so ich bin ja ganz schön in andere Helligkeit gewöhnt ne erstmal ne Placke hier n'klatschen und um wie cool wir haben unser erstes dann freuen wir uns natürlich wieder auch die 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 Kohle ganz kurz Mann und keine Stärkung Kuhn die Kohle ist immer gut er wird oder wie und die zu vertreten und vermeiden zu das das hier ist es war das letzte ich habe zugeschrieben jetzt müsste ich mir erst noch wieder einstichst und 7 so angst das was wird das war's wow Applaus wenn ich jetzt mal ehrlich die die will hat echt die will hat echt Applaus verdient so wohl hier gibt's noch bei Eisen wenn wir das jetzt mit meiner Helligkeit ein bisschen höher hier ganz hell ich wegschmeißen heute auch hier gut jetzt kommen wir mal wieder zurück so gehen wir mal mit dem Licht dem Licht das uns alle und dann gehen wir mal wieder nach oben um ganz einfach mal nach zu gucken unser Weed macht äh Weed macht ja Weed Weed ist doch alle gleich sch so wir sind wieder angekommen wir sind wir sind Sand und so Prozent 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 Kurs warum durchzus und da ist auch und du wächst halt vor den Böse Mensch Musik geht zum Beispiel hier so geschieht 8 Eisenhaus Und dann kann ich jetzt daran räumen und pflücken. So. Wollen wir die Rundschuld zu haugen, das macht Spaß. Ach, wir haben schon wieder 11,5 Minuten. Warum diesmal nicht Punkt 11, so wie fast eigentlich immer. Ne, wir haben jetzt 11,5. Da müssen wir richtig drauf aufpassen, aber ich vergesse die Zeit beim Let's Play mal ganz schnell, ne. Und ich bin auch ziemlich müde, weil ich die komplette... Oh, Entschuldigung. Nachttuch ich gemacht hab. Und die ganze Let's Plays gemacht hab aus Langeweile. Ja, und das tue ich für meine User. Äh, das heißt User für meine Zuschauer. Da kommt schon eine klitzekleine Apfel hier, so Baby-Speck-Apfel-mäßig, ey. Ja, Setzling toll. Und zweiter Setzling, ich will keine Setzling für Äpfel. Äpfel, 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 Äpfel. Wie immer bei mir jetzt hier im alemannischen Sack, Äpfel. Oder anstatt Kartoffeln-Krumpi. Ich versteh die Sprache nicht. Oh, meine Augen. Fleisch, Fleisch. So, ich kann den Baum jetzt hier noch kurz massakrieren, äh, massakrieren, äh, ja, ihr wisst schon was, mein... Da kommen hier wieder, zack, äh, ein Juni, ja. Massakrieren, so. Das freut mich jetzt, dass es so schöner, großer, jünger Baum geworden ist. Wo ich nicht viel Holz ernten kann. Wo ich ganz in Ruhe... Boah, scheiße, ey, ich bin müde. Ey, cool. Ey, cool. Ich muss erstmal hier und ich würde gestecken essen. Ich habe gerade übermeidlich was ich hier esse. Vielleicht nichts Schlimmes oder so, aber... Was Chinesische Chinesisches Wir haben den Baum Und mit diesem wunderschönen Bild von diesem Alp verreckten Baum Verabschiede mich jetzt auch Nicht vergessen Abonnieren, favorisieren, Kommentieren und liken Ciao Ciao